So Leute, Folge Nummer 170 und wir sind weiterhin beim Progress. Also, morgens, mittags, abends immer wieder gratis auf die Fresse. Zanto will ich haben. Ich arbeite jetzt gerade so, ich hab gerade richtig Laune. Ich hab gerade nach der langen Pause, die wir da hatten, so Laune, erstmal diese Behindi-Charaktere wegzukloppen. Schlacht der Meisterstrategen, komm hier, alles, gib, 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 gib. Wir gucken uns, wir machen das jetzt genau wie bei Agneta. Ich guck mir das jetzt irgendwie, ich tu mir das jetzt zwei, vielleicht drei Parts an und dann ist es hier fertig. Dann, jetzt rappelt es im Karton. Medaillenschmiede, komm schon. Die gleiche Kacke wie der ganze andere Kram und ich hab jetzt entschieden, ich möchte nicht mehr so oft zurückgeworfen werden, weil das ist mir bei Agneta nämlich ziemlich auf den Sack gegangen in den letzten Parts. Noch eine dritte Flasche, nehm ich mit. Cool, Peromas Ring, ähm. Fick, bäh, krank, leck mich. Trainingsraum, naja, Moment, erstmal Trankladen. Das mit dem Blockbrecher, ich weiß nicht. Duellfähigkeit, hört sich vielleicht doch besser an. Machen wir erstmal so. Äh, Waffenkammer. Jetzt das, äh, 210 Erfahrung plus und Kombo oder die, ja, die 150, ein bisschen mehr zurück. 210 Sockelbonus, Finsternisbonus ist geil. Kombo 2 bringt mir gar nichts. Ja, Finsternisbonus oder Kombo 6. Ja, ich glaube. Ach. Ich bin ja doof. Leck mich doch. Ich hole mir den Finsternisbonus doch einfach hier rein. Dafür rufe ich den Bildschirm doch auf. Oder nehme ich, oh, warte mal, warte mal, warte mal. Oder nehme ich die? Äh, jetzt bin ich aber in Versuchung, du. Obwohl der Finsternisbonus, denke ich mal, wohl besser angebracht ist. Äh, die Kombos mit Santo. Boah, nö, ey. Ich mache ehrlich gesagt wirklich den meisten Scheiß doch sowieso durch den starken Angriff. So, Trainingsraum. Jetzt aber. McFit, so richtig. Level 65, genau wie bei Algneter. 90 Damage obendrauf. So. Soviel zu den Vorbereitungen von diesem und jenem Shit. Können wir das jetzt hin? Ich habe die Mission, ehrlich gesagt, nicht mehr im Kopf. Ich habe gerade, ja, oh mein Gott. Es ist halt, es ist halt auf dem Todesberg. Ich glaube, ja. Ich habe, also, das ist doch das Szenario, habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Status. Ja. Besiege Hirahim. Ganondorf ist dabei. Oder der Hauptquartier. Ja, genau. So was war da. Scharlachtfeld, zeig mir das. Ganondorf und Sia ist auch wieder dabei. Ganondorf ist da links. Das heißt, da sollte ich es wohl safen. Schick. Und Pfei auf der anderen Seite. Und ziemlich, ja, okay. Wow. Stahlmeister wie Sau. Aber die kriege ich ja eigentlich mit einem guten, mit einem gut gezielten Dingensangriff, kriege ich die ja weg. Gut. Also, was sagt mir denn dann da meine Herzallerliebste? Das meinte ich mit Dingensangriff, zwar? Ja, das meinte ich mit Dingensangriff. Wey! So komisch. Ja, das ist wirklich ein Dingensangriff, glaube ich. Und ich hab's verkackt. No! Pfei rückt vor. Ja, komm schon, du Lumpen. Ähm. Ey. Schon wieder die gleiche Scheiße. Mann! Danke. 90 K.O. ist mit einem Angriffsball. So. Was ist da oben los? Ganondorf noch gar nicht in Bedrängnis. Das ist sehr schön. Die haben noch keinen Kratzer, Ganon oder Sia. Das ist ebenfalls sehr schön. So. Dingensangriff! Bang! Also, der haut ja echt drauf. Also, ich weiß nicht, ob's an dem blöden Mist nicht liegt oder nicht oder doch, aber... Pfff. Jo, ey. Komm schon, Jungs. Mach kaputt. Einmal noch. So eine Kombo-Leiste ist ja nun mal echt was Feines. Oh, geil. Mana. Ach, sorry, ey. Die Hand brauche ich nicht. Sondereinheiten. Die kann ich ja jetzt nun mal gar nicht brauchen. Die kann ich so gar nicht brauchen. Ja, super, ey. Tür zu oder was? Hau ab! Lass mich in Ruhe. Ja, schick. Ey, die Fresse. Schlachtfeld. Was war ein Haddler-Tentakel? Oh, wo kamen die denn her? Die sind ja noch schlimmer als Sondereinheiten-Anführer. Ey, Bullshit. Ja, ich mach ja schon. Schick, halt die Fresse. Nein, lass das. Jedes Mal der gleiche Dreck. Weißt du, bei Agneta auch gerade die Mann-Haddler-Tentakel. Was soll das denn? Der ist ja unmenschlich. Geradezu beschissen. Was? Wo ist der denn, bitte? Der gammelt da unten rum. Ey, shit off. Muss ich den erst mal verhauen da. Sondereinheiten-Anführer. Wer, was, was bildet der sich eigentlich ein? Wer bist du? Glaubst du eigentlich, was du Schwabbel hier zu sagen hast, ey? Kennst du Dingensangriff? Verpiss dich, Mann. Mein Schlachtfeld. Verpiss dich von meinem Schlachtfeld. Shit off, ey. Ich hab's schon wieder ver... Boah. So. Mit dem ganzen Schmumpel... Mumpelz? Schmand und Mumpelz. Super, Schmumpelz. Äh... Yay, Kiste! So. Ganondorf sieht sogar echt noch gesund aus dafür, dass er sich die ganze Zeit mit, äh, Pfei kloppt, glaube ich. Ist das Pfei, die da irgendwie antanzt? Kann das sein? Gut, 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 gut. Wie wär's, wenn ich mir dann einfach diese ganze... Flanke hier kralle? Ja. Äh, der legt ja noch. Jungens! Haut ab jetzt! Keine Lust mehr, mit euch rumzuspielen. Äh... So. So. Jetzt hängen die da oben rum. Ist aber auch scheiße. Ja, auf jeden Fall, okay. Ostfestung, ja. Können wir die Ostfestung mal ein bisschen einstampfen hier, wäre das möglich. Sehr gut. Ganon ist im Bedrängnis. Das ist nicht sehr gut. Und so ein Vorpostenhauptmann, der ist viel zu weit weg von irgendwelchen anderen Festungen, wo das Stoßdrucken erledigen könnte, dann machen wir doch mal eben so. Ach, du Scheiße. Fai, meine liebe Freundin, Fai. Magst du nicht mal deine Dingens-Kombo-Leiste hier irgendwie öffnen oder so? Oh Gott, ich kann ja nichts mehr. Ich krieg dir richtig aufs Maul. Mit dem Standardangriffen kaputt wollte ich. Wenn ich cool bin, machen wir das jetzt trotzdem an einem SPECIAL-Angriff. Back. Oh, das ist gesessen. Das ist wirklich gesessen. Was machst du jetzt? So geht das. Gesprengt. Yo. Was ist denn da unten los? Ganondorf ist in Gefahr, braucht Soforthilfe. Ja, das lässt sich ja wohl regeln, oder? Ganondorf einmal helfen. Das Timing ist eigentlich gar nicht schlecht. Sieben Minuten. Ja. Ich brauch nur ein paar Kills mehr, würde ich mal behaupten. Na? Der ist aber nicht... Wo ist der Schick? Wo ist Schick? Er kriegt ja auch so viel aufs Maul. Ja, der kriegt auch so viel aufs Maul. Cool. Den sah nicht mehr ab. Obwohl, wenn Schick so viel aufs Maul kriegt, könnte ich den eigentlich auch Ganon überlassen. vor allem mit der Hälfte von seinen blöden HP da. Ich mach den ja eben fertig. Ding ins Angriff. Komm, Ding ins Angriff. Schade. Hey! Jetzt drehe ich dir einmal den Rücken. Das ist ein verdammtes Arschloch. Verreckt alle! So, das wollte ich haben. Danke sehr. Holen wir uns die Festung zurück. So. So als ganze Shit hier. Komm schon. Genau. Einmal böse. Und dann mach ich dich sowas von platt. Festungskommandant. So. Und was ist denn das letzte blöde Mist? Was denn da noch in der Mitte rumtingelt? Dann sind nämlich Skull... Oh, scheiße. Skulltula. Stimmt ja. Okay. Ohne Scheiß die Skulltula hol ich mir. Oh, cool. Wie praktisch. Denn den ganzen restlichen anderen Mist, ne? Den, äh, da scheiße ich jetzt mal gepflegt dann drauf. Ich werde nämlich diese Waffe haben. Dann macht das das nämlich alles ganz, sehr viel einfacher. So entspannt, wie wir hier gerade dran sitzen. Da kommen wir bestimmt nicht nochmal dran. Und dann... So. Probier's doch. Komm schon. Komm, probier's. Dingensangriff! Ha, ha, ha! Ich hab aber auch selten einen so blöde ausgeführten und uneffektiven... ...ähm... ...ääh... ...Kombo-Leistenangriff gesehen. Denn der kann das ja so... ...gar nicht! Ach, für das Fitzelchen. Ohne Scheiß. Was holst du dir denn jetzt noch so rein? Was will denn der? Ja, okay. Komm, den Marsch noch platt. Ja, komm, mach doch. Probier's, ey. Blöder Spaß. Scheint ja eigentlich auch noch ganz gut zu gehen hier. Ja, komm, komm rein. Komm, komm rein. Ja, komm, komm rein. Bereite jetzt mal... ...das hat mir hier weh. Ich krieg den nicht schnell genug platt. Und der... ...despawnt dann... ...um mein Hauptquartier zu fissen. Jetzt noch mal. Ey, was? Ja, so. Cool, so. Yo. Aber du könntest jetzt echt so langsam mal... Ja. ...verweck, hä. Mein... ...Schattenmeister-Kung-Fu... ...hab ich dich platt gemacht. Lappen. So. Holen wir den ganzen Scheiß mal irgendwie so aus der Schubbahn von Ganon. Das ist eigentlich auch ganz cool. So, 13 Minuten. Jetzt sollte ich aber auch echt auf den Rest hier unten scheißen. Und da unten mal aufräumen gehen. Ansonsten ist meine 15 Minuten Marke wieder erreicht. Und das mag der Zanto gar nicht. Ne? Mag er nicht. Mag er nicht, mag er nicht, mag er nicht. Ich fang schon wieder an, so ein Keruler-Welch zu gehen. Gerahim, du hast gerade meinen geroden Hauptmann umgehauen. Lappen! Oh, kleines Arschloch! Na, komm schon! Wut, 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 wut! Ey, ich hab gerade 100... Och, leck mich. Komm schon. Penner! Penner! Na, komm! Komm at me, Bro! Boah, der HP. Okay, ohne Scheiß, das krieg ich unter 15 nicht mehr hin. Verdammt! Warum sind die alle so lasch? Und Gerahim... Hat er natürlich voll die HP. Ist doch kein Problem bei ihm. Oh, das gefällt mir natürlich gar nicht. Oh, das gefällt mir natürlich gar nicht. Kacke! Ach, genau. Scheiße. Hui! Und die Zeit ist natürlich voll durch. Dann kann ich ja eigentlich auch meinen letzten Erd von den Erd suchen gehen. Mein Plan war so perfekt! Ihr seid scheiße. Jezus! Hey, Jungs! Oh, 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 oh! Tadadadada! Oh, das war Rekstra, nennt ich die La Pen. Oh, cool, mein Herz. Klasse. Ja, wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, vielleicht, wenn ich ein bisschen früher gecheckt hätte, dass diese blöden Tentakel hier rumtentakeln. Tolle Sache, ey. Ja, leck mich mit Ostfestung. So, ist ja auch reichlich egal. Ja, blockt doch, ist okay. Fick dich, da hast du. Ich denke mal, ich sollte beim nächsten Versuch, wirklich. Mann. Cheek und Fai großartig wie möglich ignorieren. Und volle Lotte auf die drei Pünktchen da gehen. Gucken, dass ich so viel wie möglich mit erwische. Je nachdem, ob ich jetzt vom Damage her einen Goldrankel bekomme. Ich glaube aber schon. So, jetzt wird der Herr Gerahim. Tadaa! Jut. Das Ergebnis stand enorm. Du hast ja auch so viel gemacht da hinten. Klar hast du das. Bist ein ganz braver. Ein riesen Fan von dir. Lappen. Wird sich nicht gefreut. Wird sich nicht gefreut. Kann ich das hier eher wegschmeißen. Obwohl... Eigentlich nicht. Eigentlich kann ich das. Obwohl... Das hat einen Bonus drauf. Fickt euch. Das ist krass. Bombe Plus. Aber Duell Himmel. Und... Das ist krass. Ja, ich werde das da wegpacken. Die 2000 können jetzt nicht sowas tolles sein. Ich muss insgesamt mehr Platz schaffen hier. Vielleicht schiebe ich zwischendurch noch einen Online Link rein. Aber... Das passt jetzt erstmal so. 23 Mal Ghirahims Scherpe. Fickt. Fickt. Kuck. Ah gut, aber eine Skulpturla haben wir auch gekriegt. Ist doch was Schönes. Jut. Soviel zu diesem Part. Nummer 170. Gut, Leute. Ich, äh... Ne? Wird das das nächste Mal nochmal probieren. Dann... Ich hab's gesagt. Zwei bis drei Parts. Genau wie bei Agneta. Und, äh... Dann gib ihm. Also... Dann... Cheerio! Und, äh... Like. Share. Comment. Abo. Wenn ihr so wollt. Ne?